Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Corona-Lesungen, diesmal in der wunderschönen Bibliothek in den Räumlichkeiten des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels. An meiner Seite mit gebotenen Abstand hat Elisabeth Klar Platz genommen. Sie präsentiert uns ihren Roman Himmelwärts. Himmelwärts, das ist eine Bar, ein Etablissement und ein Sammelbecken für gestrandete Drag Queens, aber nicht nur, wie wir noch erfahren werden. Die titelgebende Bar ist auch der Zufluchtsort der Protagonistin eine Füchsin in Menschengewand, also eine Füchsin, die sich unterwegs auf der Flucht aus widrigen Umständen retten konnte, indem sie sich eine Menschenhaut von einer Wäscheleine stibitzte, sich überzog und so jetzt in Menschengewand auch die menschliche Gesellschaft erkundet und dabei besonders interessante und interessierte Beobachtungen macht aus einer Außenperspektive. Elisabeth Klar, herzlich willkommen und danke fürs Dasein. Ja, danke für die Einladung. Ja, bevor ich noch nach Corona frage, muss ich die Frage stellen, was macht diese Außensicht einer Füchsin in Menschengewand mit dem ganzen Romanschreiben? Also wie fängt man da überhaupt an, sich da rein zu denken und wie sind Sie überhaupt auf diese Protagonistin gekommen? Ich habe die Idee, also ich habe mich schon lang mit der Idee getragen, einmal einen Roman zu schreiben aus der Perspektive von einer Füchsin, die in einer Menschenhaut steckt, weil ich diese Perspektive grundsätzlich einfach interessant finde. Und bei diesem Roman war es so, dass ich einfach eine reine Perspektive gesucht habe, die auch funktioniert für den Roman. Also ich hatte zuerst vor, in aus Jonathans Perspektive zu schreiben. Jonathan, sollte man vielleicht dazu sagen, ist ihr Mitbewohner, wird dann nach und nach auch zum besten Freund. Es ist immer ein gewisses erotisches Knistern auch zwischen den beiden, aber von seiner Seite nicht. Also Jonathan ist homosexuell, in einen anderen Mann auch unglücklich verliebt, wenn man das so sagen darf. Aber die beiden verbindet eine sehr innige Freundschaft, muss man sagen. Also Sie wollten zuerst das Jonathans Perspektive schildern? Genau und bin aber während des Schreibens draufgekommen, dass das so nicht funktioniert, weil Jonathan während des Romans eigentlich sehr lange sehr unglücklich ist, auch einfach depressiv. Und ich gemerkt habe, dass das diesen Roman zu schwer gemacht hat und dass dieser Roman aber eine Leichtigkeit braucht, die ich über Jonathans Perspektive einfach nicht bieten kann. Und da ist die Füchsin, die einfach viele Dinge anders sieht und auch nicht mit derselben tragik sieht wie Jonathan, weil sie einfach ganz andere Prioritäten hat als Jonathan, für mich ein guter Weg gewesen, diese Geschichte zu erzählen. Das war für mich die Stimme, die dieser Roman gebraucht hat. Diese Füchsin sieht vieles anders. Also sie begreift die menschliche Empathie nur zu einem gewissen Punkt oder zu einem gewissen Anteil. Sie findet Weinen wahnsinnig spannend, kann es aber selber nicht, hat es versucht, geht nicht. Dieses Menschliches sich umeinander kümmern und viele menschliche, auch allzu menschliche Aspekte hinterfragt sie mit einer herrlichen Naivität eigentlich. Haben Sie da nach und nach auch das ausgekostet, dass man so wirklich alltägliche Umgangsformen miteinander mal komplett neu hinterfragen kann? Also Silvias Perspektive einzunehmen, hat schon eine gewisse Lust oder bereitet eine gewisse Lust, weil sie aus einer Perspektive auf die Welt blickt, die vieles nicht versteht, aber in diesem Nicht-Verstehen schon auch vieles sieht und wahrnimmt, was uns aus unserer Betriebsblindheit her auch gar nicht mehr so auffällt. Und sie blickt darauf auf eine Art und Weise, die halt weder idealisierend ist noch irgendwie von einem moralischen Ross herabblickt, aber auch eben nicht unbedingt empathielos, auch wenn sie die menschliche Form von Empathie nicht ganz begreift, aber letztendlich fühlt sie ja doch mit Jonathan mit und kümmert sich um ihn und kümmert sich um ihre Katze, die sie als Haustier aufgenommen hat. Also sie ist schon ein empathisches Tier gleichzeitig. Sie ist eine und mit Jonathan gemeinsam dann Teil einer Klick, die sich eben in diesem Himmelwärts trifft. Und das ist ein bisschen das Auffangbecken für alle, die nicht ganz sie selbst sein dürfen im wahren Leben. Also viele Dragqueens, aber nicht nur. Manche, die mehr oder weniger ihr Queer-Sein ausleben dürfen. Dort ist jeder willkommen, dort ist auch jeder so wie er oder sie sein möchte und kleidet oder gibt sich auch so. Also es gibt die Flügel, die einmal aufgesetzt werden von einem Befreundeten, von einem Freund dort. Und dann andererseits gibt es die Flügel, die auch bei Jonathan dann eine ganz große Rolle spielen. Bevor wir zur ersten Lesestelle kommen, vielleicht sprechen wir noch ganz kurz darüber, was es damit eigentlich auf sich hat. Ja, Jonathan fährt auch einer unglücklichen Liebe nach Brasilien, um sich dort auch bei einer NGO zu engagieren. Und er kommt zurück und sagt, er hat so seltsame Tumore am Rücken. Es wird sich aber herausstellen, das ist im gröbsten Sinne ein Tumor, aber eigentlich sind es vor allem Flügel, die ihm wachsen, die ihm allerdings nicht zum Fliegen verhelfen, sondern die ihm zu schwer sind. Er kann nicht nur nicht mit denen fliegen, er kann nicht einmal wirklich mit denen gehen, nicht einmal mit denen aufrecht sitzen. Und das sind die, das entwickelt sich quasi über das Buch hinweg, dass die so langsam herauskommen und ihm eigentlich zur Last werden. Was ihm auch zur Last wird, Sie haben es angesprochen, die NGO spielt eine große Rolle. Silvia, so heißt die Protagonistin, die Füchsin, ist eigentlich mehr aus pragmatischen Gründen Geldspendensammlerin für eine NGO. Alle anderen, hat man das Gefühl, sind wirklich mit Leib und Seele, mit Herz und Hirn dabei. Und brennen auch unterschiedlich rasch, aber doch alle aus, weil sie immer mehr entdecken. Und das ist dann die zweite Ebene in diesem Roman, die so eingezogen ist, dass die politischen Verhältnisse immer schlimmer werden. Hier, aber auch in Brasilien, wo es dann Jonathan hinverschlägt, vor Bolsonaro geschrieben, muss man sagen. Auch vor der letzten politischen Wende in Österreich geschrieben. Mit welchem Blick auf aktuelle Verhältnisse, auf aktuelle soziale Entwicklungen geschrieben auch und mit welchem Gefühl? Also worum es mir in dem Buch auch stark ging, ist wirklich dieses Problem, das glaube ich im Moment viele Menschen haben. Dass sie in einer Zeit leben, in der gerade historische Bewegungen mit einer großen Macht, einer großen Dynamik auftreten, wo man etwas tun möchte, wo man etwas bewirken möchte. Wo man aber auch einen Unterschied machen möchte und darauf kommt, dass diese geschichtlichen Bewegungen aber stärker sind als ein Individuum, größer sind als ein Individuum. Also auch durchaus im Sinne von Hannah Arendt. Und es da zu einem, zu diesem Gefühl der Hilflosigkeit kommt und diesem Gefühl, okay, ich mache eben keinen Unterschied mehr. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt, aber dieses Gefühl kommt auf. Und es geht auch in dem Buch darum, okay, wie löse ich jetzt diesen Konflikt? Und den lösen die Figuren in dem Buch auf unterschiedliche Art und Weise. Auch Jonathan löst ihn auf seine Art und Weise. Aber das ist quasi die Kernfrage des Buches, wie mit dieser Hilflosigkeit umzugehen ist eigentlich. Ich würde sagen, wir hören einmal hinein. Gibt es Sie vorzulesen? Ich werde aus dem dritten, äh, aus dem vierten Kapitel lesen, nicht aus dem dritten. Zu dem Zeitpunkt ist Jonathan schon wieder aus Brasilien zurück. Und er übernachtet das erste Mal bei Silvia. Er wohnt jetzt bei ihr, weil er selbst keine Wohnung mehr hat im Grunde. Und sie wacht auf und kuschelt sich an seinen Rücken und bemerkt dort eben diese Tumore. Als sie sich im Bett zu ihm dreht, nachdem sie aufgewacht ist, ist er noch ganz schwer, rührt sich nicht, auch als sie ihn streichelt. Sie lässt die Stellen um die Schulterblätter in Ruhe. So heißt dort. Sein Ohr liegt frei und sie denkt, was sie immer denkt, wenn sie Ohren sieht, die sie vielleicht auch noch anfassen darf, wie sie es jetzt tut. Dass sie, wenn sie sein Ohr abtrennen dürfte, dann gerne das Bügelbrett zwischen Kasten und Wand hervorziehen und aufstellen würde. Man müsste nur mit dem Fuß das restliche Zeug wegschieben. Aber das Bügelbrett aufstellen mit seiner überspannten und faltenlosen Stoffhülle, die sich an der Unterseite wählt, wo sie vom Gummi zusammengezogen wird. Die knistert, wenn man mit den Fingern über die glatte Fläche fährt. Dann das Ohr darauf legen und das Bügeleisen anstecken. Sie würde das Bügeleisen gut mit Wasser füllen, warten, bis es so heiß ist, dass es dampft. Und dann würde sie mit dem Bügeleisen in alle Falten und Biegungen seines Ohres fahren, bis auch das Ohr ganz glatt gepresst, glatt gebügelt ist. Einer der Vorteile ihrer neuen Existenz. Dinge flach und glatt machen, heiß und dampfig. Sie darf nicht. Sie darf vieles nicht, was sie gerne mit ihm machen würde und das Ausgleich lässt er manchmal zu, dass sie ihn umarmt in der Nacht. Wie auch jetzt und es ist gut, ihn wieder zu haben. So viele Monate hat sie ihn nicht gerochen und seine kleinen Ohren nicht berührt. Und jetzt ist er wieder dieses Gewicht neben ihr im Bett und sie will sich dagegen drücken wie immer. Jonathan mit seinem Menschenkörper, der schon ewig Menschenkörper gewesen ist und sich bewegt mit einer Sicherheit, die sie immer noch nicht ganz begreift. Aber jetzt ist er steifer geworden. Sie fährt mit dem Finger in die Kurve, die seine Ohrmuschel macht, fährt hinein in diesen Hohlraum, fährt ihn entlang. Hier verfängt sich Schmutz und sie nimmt den Daumen zu Hilfe, weil sie ihn hat, biegt die Kurve auf. Er atmet daraufhin aus, lang und tief, krümmt sich gegen sie, zuckt dann zurück, als der obere Rücken sie berührt. Katze hüpft auf das Bett, steigt zwischen und über ihre Beine. Auch das versteht sie noch kaum, dass sie eine Katze hat, ausgerechnet sie. Sie piegt Jonathans Ohr auf, piegt es auf, bis sie eine fast glatte Fläche erschafft. Aber sobald sie loslässt, schnappt es zurück in die gewohnte Form. Und auch der Katze fasst sie gern an die Ohren, fährt immer wieder das feine, spitze Stück ganz am Ende entlang, drückt es zwischen den Fingern. Und die Antwort ist nur ein Schnurren. Nur ein Schnurren, wenn sie mit den Fingern unter den Ohrknorpel fährt, die Ohrmuschel hin und her bewegt, die Ohren umfaltet. Wobei, letzteres mag sie nicht so. Hat Silvia früher auch nicht gemocht. Aber Katze schnurrt, statt vor ihr davon zu laufen, wie der Instinkt es ihr sagt, der sicherlich riechen kann, wer sich hier unter der falschen Haut versteckt. Katze hat beschlossen, der Lüge zu glauben, für Futter, streichelnde Finger, Wärme. Und Silvia gibt ihr dieses Futter, die streichelnden Finger, Wärme. Warum eigentlich? Sie hört Katze schnurren und mit dem Bein schiebt sie sie vom Bett, der Aufprall dumpf. Nicht jetzt. Nicht, wenn er sich gerade gegen sie drückt, wenn sie das Ohr leicht hinauf zieht, die Falten entfaltet, ihn an einer Stelle kratzt, an der es immer juckt. Und sie weiß, wenn sie zu lange damit weitermacht, tut es weh. Wo ist die Grenze? Bei der Katze ist die Grenze dort, wo Silvia ihr sonst den Schwanz brechen würde. Weil die letzte Spitze des Schwanzes ein bisschen schief ist, dieser letzte Wirbel, und sich nicht gerade biegen lässt, ohne ihn zu brechen. Es ist jedes Mal eine Versuchung. Etwas gerade richten. Er würde wahrscheinlich ohnehin noch schiefer zusammenwachsen. Meine Katze, weil ich sie füttere. Und du, Jonathan? Meistens fütterst du mich. Sie rückt näher, bis sie seinem Ohr ganz nahe ist, leckt vorsichtig mit der Zunge darüber. Er murrt, streicht mit den Fingern über das Ohr, als wollte er ein Insekt vertreiben. Sie wartet, bis seine Hand wieder ruhig auf dem Leintuch liegt, dann beißt sie zu. Sie mag es, wie er schreit, plötzlich wach. Dann hat sie schon den Polster im Gesicht. Sie kichert, selbst als er sich auf sie rollt, mit noch schlafweiten Augen. Wartet, bis er sie erkennt. Silvia sagt, hättest du doch erwarten können. Er sieht sie an. Geh Kaffee machen, sagt er. Katze streicht um ihre Beine. Silvia hat das Fenster zum Innenhof geöffnet, schnuppert hinaus. Aber heute riecht man die Mistkübel nicht gut, das falsche Wetter. Sie strecken, den Kaffee vom Bücherregal holen, die Espressokanne steht auf dem Herd. Ist halb voll von gestern. Also ausleeren, aufschrauben und das Pulver ausklopfen, weil Jonathan ihn frisch will. Sie schiebt die Chipspackung vom Herd in die Abwasch. Jonathan bewegt sich hinter ihr auf dem Bett. Sie hört, wie die Decke hin und her geschoben wird. Katze miaut. Silvia füllt ihr eins der Gläser in der Abwasch mit Wasser, stellt es ihr hin. Im Kühlschrank findet sie noch Fruchtjoghurt, reißt es auf, stellt es dazu. Auf dem Couchtisch vor dem Bett stehen die zwei Heferlen. Jonathan will sie ausgewaschen und sie muss noch Spülmittel haben, sie weiß nur nicht wo. Du solltest deiner Katze nicht so oft Fruchtjoghurt geben, sagt Jonathan jetzt. Sie dreht sich zu ihm um, er hat sich aufgesetzt. Die Beine breit und die Füße auf dem Boden. Beobachtet Katze, die das Fruchtjoghurt schon umgeworfen hat, schnell und gründlich aufleckt, was sich auf dem Parkett ausbreitet. Der ganze Zucker ist nicht gut für sie. Hat mir auch nie geschadet. Außerdem kocht jetzt der Kaffee. Du bist keine Katze, warst auch nie einer. Silvia zuckt mit den Schultern, gießt den Kaffee in die Heferlen. Sie hat nie verstanden, warum sie kontrollieren sollte, was Katze fressen will. Er fragt, keine Milch da, als sie ihm das Heferl reicht. Sie schüttelt den Kopf, setzt sich zu ihm auf das Bett, schiebt ihm die Zuckerdose hin, macht ein paar Schlucke, legt ihren Kopf zuerst auf seine Schulter, schiebt dann seinen Arm weg und legt den Kopf auf seinen Schoß. Er fährt dir durch die Haare. Man sollte meinen, du könntest weniger struppig sein, sagt er. Dann beugt er sich vor, sein Bauch drückt kurz auf sie und sie seufzt, streckt sich. Er greift nach dem Aschenbecher, der auf dem Couchtisch steht. Den hat sie am Vorabend aus dem Himmelwärts gestohlen und jetzt dreht er inzwischen den Fingern. Hast du nicht langsam genug von denen, fragt er. Der ist nicht mal schön und außerdem schmutzig. Aber Jonathan hat nie verstanden, warum sie stiehlt, was sie stiehlt. Sie kann es auch nicht erklären. Bloß, dass ihr manche Dinge ins Auge fallen, sich gut angreifen, glitzern oder bedeckt sind von Ascheschmutz, der Muster bildet. Menschen stellen so viele Dinge her, die sie dann haben will. Er legt den Aschenbecher zurück. Am Nachmittag bin ich weg, keine Sorge, sagt er und zieht sein Handy hervor. Ich muss mir nur noch die nächste Couch besorgen. Ich suche eh auch Wohnungen, es ist nur nicht so leicht im Moment. Oder du bleibst hier, sagt Silvia. Für heute? Für länger, solange du willst. Jonathan blickt in dem Raum herum. Du hast bloß dieses Zimmer. Das ist zu wenig für uns zwei und eine Katze. Silvia schaut sich auch um, um zu sehen, was er meint. Nein, sagt sie dann einfach. Immer finden alle ihre Wohnung zu klein. Aber was braucht sie schon mehr als das? Erdgeschoss, sie kann jederzeit durch das Fenster flüchten. Im Innenhof die Mistkübel. Das beruhigt sie, wenn sie in der Nacht im Bett liegt. Auch wenn sie sich inzwischen zurückhalten kann. Es ist gut, dass sie da sind, der Futtervorrat für den Notfall. Es gibt Sicherheit. Aber Jonathan sucht Blickkontakt zu ihr, runzelt die Stirn, sie weiß nicht warum. Dann fällt ihr ein, worüber er sich Sorgen machen könnte. Keine Angst, ich versuche auch nicht mehr mit dir Sex zu haben, sagt sie. Schon gar nicht, während du schläfst. Ich werde es auch nicht wieder verlangen, versprochen. Er macht ein Geräusch, etwas wie ein Lachen, dann schüttelt er den Kopf. Was? Habe ich etwas Falsches gesagt? Er ist damals so wütend auf sie gewesen. Sein ganzer Körper hat davon gezittert. Nein, nein, sagt er, dreht das Smartphone in seiner Hand. Okay, in Ordnung. Bis ich etwas anderes habe. Danke. Gerne. Nein, wirklich, danke. Du hast keine Ahnung, wie anstrengend das ist, jeden Tag woanders hin pilgern zum Schlafen, jeden Tag andere Leute möglichst nicht stören, jeden Tag wieder betteln, wer dich diesmal aufnimmt. Doch, sagt sie. Sie hat am Anfang monatelang so gelebt. Sie hat halt Leute angesprochen, meistens haben Männer sie mitgenommen. Sie hat schnell verstanden, wozu man Kondome braucht. Sie hat schnell gelernt, wie wichtig es ist, ein Smartphone zu besitzen und wo man gratis WLAN findet oder den Akku aufladen kann. Lernen, um zu überleben, sich anpassen. So ist das eben. Jetzt hat sie ihren Bau. Im Erdgeschoss und mit Mistkübeln im Innenhof. Mit einer Tür, die man zusperren kann. Ja, sagt er, die Schultern gehen hoch. Tut mir leid. Ist ja nicht schlimm. Gehst du jetzt mit mir spazieren? Das war's mal. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, Elisabeth Klar. Es gab schon viele Gelegenheiten, wahrscheinlich nicht diesen Roman vor unserem Gespräch zu präsentieren oder daraus vorzulesen. Ja, so richtig analog mit Publikum gab es genau eine, nämlich die Buchpräsentation. Die war Anfang März? Die war Anfang März. Ansonsten habe ich in einem Podcast mit Literradio schon mal darüber sprechen dürfen. Und das war's im Grunde. Also ich habe noch selbst eine Mini-Lesung auf Twitter gestellt, aber sonst habe ich nichts gemacht. Denkbar schlechter Zeitpunkt, ein Buch zu veröffentlichen im Moment. Wie geht's Ihnen damit? Was gibt's auch für Rückmeldungen? Wie bleibt man jetzt trotzdem mit einem möglichen Lesepublikum in Kontakt? Was machen Sie? Ja, es ist nicht so leicht. Ich meine, ich habe eh noch Glück gehabt, weil das Buch immerhin Anfang Jänner erschienen ist. Und da schon dazwischen die Zeit war, dass ein paar Rezensionen erscheinen konnten, bevor dann irgendwie Corona alles übernommen hat. Aber natürlich ist es jetzt schwierig, weil ich hätte gerade in dem ersten Halbjahr auch einige sehr nette Leseanfragen gehabt, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich wäre zum Beispiel bei den Wortspielen gewesen oder bei Rund um die Burg. Und das fällt natürlich jetzt alles aus. Ja, aber man kann eh nichts machen. Es geht ja nicht nur mir so. Also das ist ja ein allgemeines Thema jetzt mit allen Büchern, die jetzt erschienen sind. Ja, die Welt steht still einmal. Die Kulturwelt steht still. Dort spürt man es halt auch am allermeisten, wie prekär die Situation bis jetzt war. Wie gehen Sie selber mit dem Zuhausebleiben, mit dem Stillstand, mit dem Nichts unternehmen dürfen um? Ja, ich habe großes Glück, weil meine Anstellung, die ich habe, immer noch normal weiterläuft mit Homeoffice. Sie sind nebenbei Software-Entwicklerin? Ja, genau. Ich bin Compliance-Software-Test tätig? Genau, ich bin im Software-Test und in der Compliance tätig, in der IT. Und das geht ganz normal weiter. Eigentlich habe ich mehr zu tun als davor. Das ist ein großes Glück. Ich hatte die Situation jetzt noch einmal verschärft, weil ich jetzt wirklich auch mehr als zwei Wochen in Heimquarantäne war. Das heißt, mit gar nicht vor die Wohnungstür gehen. Das war schon spannend, weil… Vielleicht geben wir Entwarnung, also Sie waren nicht Corona-positiv. Nein, ich war negativ. Aber es lag der Verdacht nahe. Genau, und ich darf jetzt auch wieder auf die Straße. Test ist negativ und alles. Aber das war dann schon interessant. Also es baut sich schon, es ist auch psychisch eine Belastung, wenn man so gar nicht vor die Wohnungstür darf. Also ich habe dann schon gemerkt, dass ich den ersten Spaziergang wieder machen musste, dass das halt doch eine Erleichterung in vieler Hinsicht ist und man sich ganz anders fühlt. Grundsätzlich, ich bin so froh, dass das jetzt passiert und nicht vor drei Jahren im Hochsommer, als ich im Zentrum gewohnt habe, im neunten in einer viel kleineren Wohnung, die im Sommer irgendwie zu einem Ofen geworden ist, wo es jedes Mal fünf Grad wärmer war als draußen. Also ich weiß nicht, also deswegen sage ich, ich habe es immer noch gut. Ich weiß auch, wie es anders sein kann. Also unsere Wohnsituation ist gut. Und wir haben sogar einen Balkon. Also ich meine, das ist im Moment ja ein irrer Luxus. Und noch mehr als sonst. Ja, noch mehr als sonst, ja. Anders sein greife ich jetzt noch auf, um wieder zum Buch zurückzukommen. Anders sein heißt, für ganz viele und jetzt auch für Silvia sich anpassen zu müssen, bis zu einem gewissen Grad. Und das Buch legt nahe und das fand ich wahnsinnig spannend, dass die Füchsin in der Menschenhaut jetzt gar nicht so ein Exotikum ist in dem Umfeld, in dem sie sich bewegt, aber auch insgesamt. Nur, dass die Gesellschaft, dieses Glattbügeln, dieses Menschliche uns schon so verinnerlicht hat, dass wir alle unsere Eigenheiten jetzt lieber mal glatt bügeln mit viel Dampf, als sie ausleben zu dürfen. Wie kam es zu diesem Bild, zu dieser Metapher auch mit dem Bügeln und wie kam es überhaupt zu dieser Situation, dieses Anderssein, dieses Anderssein-Müssen und die eigene Identität, es geht sehr viel auch um Transidentitäten, nicht ausleben zu dürfen? Haben Sie das Gefühl, in unserer Gesellschaft wird es eher strenger oder eher restriktiver als offener? Unsere Gesellschaft gibt es gerade mehrere Bewegungen, die teilweise auch gegengleich sind. Also wenn man sich realistisch die Situation von Transpersonen Österreich anschaut, muss man schon sagen, dass es jetzt viel einfacher ist, out zu sein, als noch vor 20 Jahren. Deswegen sind jetzt auch mehr Menschen out und man hat so das Gefühl, es gibt so viele Transpersonen, aber die gab es natürlich schon immer. Sie haben sich nur früher versteckt. Gleichzeitig gibt es im Moment einen klaren Rechtsruck auf internationaler wie nationaler Ebene. Also ich glaube, das braucht man auch nicht wegreden. Und das ist in der Kombination etwas, was natürlich auch viel Unsicherheit hervorruft bei allen, die halt nicht exakt dem Standardmenschen vorstellen, dem normierten Menschen, der halt irrsinnig viele Kriterien erfüllen muss, damit er wirklich so ist, wie sich die Gesellschaft das erwartet. Haben Sie das Gefühl, wir streben in eine neue Biedermeier-Gesellschaft, wie das sehr oft jetzt dieser Tage thematisiert wurde oder auch schon vor Corona jetzt? Ja, Biedermeier oder schlimmer. Also ich würde sagen, im Moment kann es in gute wie auch in sehr schlechte Richtungen gehen. Und Rechtsextremismus ist ein Thema. Und Rechtsextremismus hat auch an sich, dass er bei den Gruppen anfängt, die ganz am Rande stehen und sich dann in die Mitte vorarbeitet. Weil es bleibt ja nicht, man kann ja nicht sagen, es sind ja nur diese oder diese Menschen ausgegrenzt. Sondern wenn das mal ein Prozess ist, der in Gang gesetzt wird und auch nicht, wo es keinen Widerstand dagegen gibt, dann geht das immer weiter. Dann passen mit der Zeit immer weniger Menschen in das, was noch okay ist, lebenswert ist, was noch in die Definition eigentlich von Mensch und Menschenrechte passt. Und das sehen wir im Moment live, weil wir reden, wir halten hier schön Abstand und in Griechenland werden Leute zusammengepfercht und die werden sterben, wenn man nicht jetzt dagegen etwas tut. Und wir lassen die im Moment sterben. Und das ist ein Verbrechen. Das kann man nicht anders bezeichnen. Und wenn diese Tendenz weitergeht, wird das dann nicht nur diese Menschen betreffen. Es ist jetzt schon ein Verbrechen, aber es wird sich ausweiten auf mehr Menschen. Außer man fängt an, etwas dagegen zu machen. Das ist eines der Probleme auch, das ganz brennend in ihrem Roman behandelt wird. Die NGO beschäftigt sich unter anderem hier in Europa mit Flüchtlingshilfe. Also es werden viele der Protagonisten sind Flüchtlingshelfer, kämpfen gegen eine Politik an, die ihnen das Leben und die Arbeit immer schwerer macht. Also auch das kennt man so. Daneben ist aber auch das Thema Flüchtlinge, Flüchtlingspolitik wieder aus der Sicht der Füchsin ein ganz neu betrachtetes. Das gibt im Ganzen, Sie lachen jetzt und man muss auch schmunzeln, es gibt im Ganzen eine ungewohnte Leichtigkeit in all der Schwere und Tragik, die Sie jetzt auch besprochen haben. Das gibt im Ganzen aber auch, es zeigt auch so die Absurditäten auf. Vielleicht sprechen Sie noch ein bisschen darüber, bevor wir zur zweiten Lesestelle kommen. Ja, also es ist eben sie, dadurch, dass sie jetzt wirklich eine Füchsin ist, die in einer Menschenhaut ist, und die aber gleichzeitig viel weniger Probleme hat, damit alle Menschen als Menschen zu sehen, als es Menschen oft haben, bietet einfach ihre Perspektive auch einen guten Blick auf diese ganze Absurdität dessen, was da im Moment an Subkategorisierungen von Menschen passiert. Und die sind gut und die haben quasi Menschenrechte verdient und die aber nicht, weil ich weiß nicht. Und das drückt Jonathan auch einmal in einer seiner Schimpftiraden aus, weil er neigt zum Schimpfen, wo er eben sagt, ja, wenn irgendwelche Kinder in Asien in einer Höhle fest sitzen, holt man sie raus. Und wenn sie im Schlauchboot sitzen, dann schießt man sie ab oder man lässt sie sterben. Und das ist ja nicht so, als würde es nicht stimmen. Es läuft ja letztendlich auch wirklich so. Und sie schaut auf das Ganze und versteht es halt auch wirklich nicht. Sie denkt sich dann halt einfach, ja, die Menschen sind halt einfach irgendwie komisch. Sie denkt jetzt auch nicht wahnsinnig viel darüber nach, aber sie versucht das auch gar nicht zu verstehen. Das ist nicht ihre Welt. Das sind halt diese eigenartigen Tiere, unter denen sie versucht zu überleben. Braucht es diesen nüchternen, distanzierten Blick manchmal, um nicht zu verzweifeln? Ja, ich glaube schon. Ich nehme an, Sie sind mehr Jonathan als Silvia in ihrem... Ja, sicher. Also für mich ist Jonathan sicher die Identifikationsfigur. Und deswegen finde ich, dass es konkret Silvia als Perspektivfigur braucht. Weil es einfach eben diesen Schritt zurück auch braucht und das Ganze auch wieder nicht mit einer gewissen Distanz zu betrachten. Und einem gewissen Pragmatismus, den die Silvia halt auch einfach mitbringt. Wir hören noch eine Stelle aus dem Roman, relativ weit hinten. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte dazu. Das ist relativ weit hinten, genau. Jonathan hat inzwischen tatsächlich seine Flügel amputieren müssen und hat aber gewissermaßen neue bekommen. Nur sind die halt nicht so von heute auf morgen da. Und das ist auch noch so ein bisschen mit Problemen verbunden, weil die alten Flügelfedern ihm noch einwachsen. Und wir haben jetzt wieder eine Szene mit Jonathan und Silvia, wo es quasi darum geht. Die Härchen richten sich auf und sie streift mit der Nase über die Haut, riecht, kauert über ihm, auf Händen und Zehenspitzen immer zum Wegspringen bereit. Die Stummel haben stumpfe Enden. Hier wurde etwas abgehackt und zugenäht. Wo die Nähte sind, ist die Haut verknotet, heller, unbeweglich. Nackt. Hier wächst nichts mehr. Anders als bei ihr. Wo ihre Nähte sind, reißt es nur leichter auf. Rot-braune Daunen und blaue. Sie schnuppert. Sie muss genau auswählen. Am Linken, da tut es besonders weh, sagt Jonathan, da müssen noch ein paar von den Falschen sitzen. Irina hat ihm die neuen Flügel noch im Himmelwärts mit Wolle angebunden. Und als Jonathan und Silvia am nächsten Morgen aufgewacht sind, waren die Flügel selbst fort. Der Faden war nur noch lose, um die Stummel geschlungen. Aber so sollte es sein. So hatte die alte Katze es ihnen vorausgesagt. Du bist amputiert, hat sie gesagt. Da brauchst du jetzt keine Wunder erwarten. Bis da wieder was nachkommt, das dauert. Und ganz heil wird es wohl nie. Aber Jonathans Stummel werden dicker, länger, wachsen wieder. Langsamer als davor, aber sie wachsen. Die Muskeln werden dicker, obwohl sie abgeschnitten worden sind, durchgetrennt. Spannen sich an, wenn Jonathan die Stummel hebt, senkt. Der Körper baut weiter. Dem ist die Amputation genauso wurscht wie der Rest, hat Jonathan dazu gesagt. Was auch immer Irina sagt, ich hätte mich nicht fürchten müssen. Ich krieg Flügel. So oder so. Jetzt nur andere. Nur die falschen Federn wachsen ein. Sie drücken sich immer noch vereinzelt aus der Haut. Entzünden sich, tun weh. Da, sie hat eine gefunden. Dort, wo das Gelenk an der Wirbelsäule ansetzt. Blassblau, ein bisschen zu groß zwischen den anderen. Kein dunkelblaues Streifenmuster. Sie fährt mit der Nase darüber. Jonathan zuckt. Die Haut um den Ansatz des Kiels gerötet. Sie leckt sich über die Lippen, schluckt den Speichel hinunter. Hunger, weil sie hier darf. Die Feder ist gerade, die Fahne ungebrochen. Sie ist schön, wie ein gebügeltes Ohr schön sein könnte. Sie will sie so lassen, sie will sie zerstören. Sie zieht Luft ein, schließt kurz die Augen. Selbst sein Geruch hat sich verändert. Nicht mehr ganz so verlockend, aber trotzdem. Öffnet den Mund, schließt die Zähne vorsichtig um den Kiel. Leckt über die ineinander verhakte Fahne. Biegt sie damit, bricht sie. Kühl, ein kaum hörbares Klirren der aufgestörten Äste. Auf der einen Seite rau, auf der anderen glatt, glatt, glatt. Es kitzelt sie am Gaumen. Reißen, reißen, schütteln. Sie tut es nicht. Stattdessen beißt sie langsam, aber fest. Umfasst den Kiel mit den Zähnen ganz nah an Jonathans Haut. Und dann zieht sie. Er zuckt, wimmert unter ihr, aber sie legt ihre Hand auf seinen Nacken, drückt ihn auf das Bett. Sie darf das. Er hat sie sogar darum gebeten. Sie zieht und spürt, wie der Kiel sich wehrt, verhakt und verknotet. Jonathan jammert und da ist er, der Moment, an dem der Kiel sich löst, herausrutscht. Er atmet aus, sobald die Feder gerupft ist, entspannt sich unter ihr. Ein Loch bleibt, blutet ein bisschen. Sie legt die Feder auf das Leintuch, leckt über die Wunde, leckt das Blut auf. Er zittert. Geht's dir gut? Soll ich weitermachen? Ja, sagt Jonathan. Seine Stimme schwer. Die Antwort auf dieses Ja, ihr Lachen, kommt aus ihrem Bauch, rollt über sie, eine warme, prickelnde Welle. Sie legt sich auf ihn, legt ihr Gesicht auf seine Flügelstummel, die endlich angefasst werden dürfen, endlich nicht mehr empfindlich sind. Drückt ihre Nase tief hinein. Legt sich tief in die alten Laute, die sie jetzt ausstößt. Alt und vertraut, selbst mit der Verzerrung, die eine menschliche Stimme mit sich bringt. Ein Summen, ein Gurren, hoch vibrierend, nah an ihm. Er ist so warm. Hm, das gefällt dir nicht wahr, antwortet er. Deshalb jaulst du so. Sie sagt, ein bisschen. Jetzt lacht er. Hab ich's mir doch gedacht. Sie kaut an seinen Flügeln, leckt und reibt ihren Kopf an ihnen. Dann richtet sie sich wieder auf und sucht weiter. Da, hier ist wieder eine. Auch eingewachsen, auch entzündet. Muss gerupft werden, auch wenn er sich wehrt. Bis sie sich löst und er wieder ausatmen kann. Später liegt neben ihnen auf dem Leintuch ein kleines Häufchen blassblauer Engelsfedern. Und der Raum ist still bis auf ihr Atmen. Sie kriecht von ihm herunter, nimmt die Federn vorsichtig in die Hände. Als sie aufsteht, wird ihr kurz schwindlig, sie kichert. Die Finger, die die Feder halten, zittern. Aber sie schafft es nicht mal bis zum Fenster, bevor die ineinander verhakten Fahnen zerbröseln. Sie öffnet die Hände und die Federstücke rieseln zu Boden, zerbrechen in immer kleinere Teile selbst in der Luft. Verschwinden, bevor sie das Parkett berühren. Das Klirren verklingt. Sie dreht sich um. Es ist wie bei Irina. Sie können losgelöst von dir nicht mehr sein. Jonathan nickt, schaut sie an. Seine Augen glasig, aber er lächelt. Ist nicht wichtig, sagt er. Komm her. Er hebt einen Arm, streckt ihn nach ihr aus. Streichelt sie, als sie an ihn gedrückt liegt, ihre Wange auf seinem ausgestreckten Arm. Sie denkt an die Männer, die sie früher mitgenommen haben. Sie denkt an das Gewicht. Bist du mir noch böse, fragt sie dann. Wofür? Dafür, dass ich mal versucht habe, mit dir Sex zu haben. Jonathan ist still. Du hast gleich aufgehört, als ich mich gewehrt habe, sagt er dann. Du warst zu wütend. Ja, verstehst du warum? Sie denkt an den einen Mann, der sie mehrere Tage nicht weggelassen hat. Klar, ich verstehe warum. Er streichelt über die Innenseite ihres linken Unterarms, über die Stelle, wo sich die Haut nie geschlossen hat, über das rostrote Fell dort. Bei ihm trägt sie die Armstulpen schon lang nicht mehr. Ich hab das so gern, sagt er. Wie das Haar hier aufsteht, als würde sich ein kleiner Igel an dich klammern. Er fährt darüber mit und gegen den Strich. Es kitzelt, es tut fast weh, weil die Haarwurzeln steif sind. Die Haut sich anspannt. Sie drückt sich fester an ihn. Nicht aufhören. Nicht. Vielen Dank. Die angesprochene Stelle ist, ohne viel verraten zu dürfen, auch so eine Art Achillesferse für Silvia, wenn man so will. Kann man das so bezeichnen? Ja, schon. Da hat sich die Haut halt nie geschlossen. Genau, das ist so das letzte Stück Füchsin, das immer wieder herausbrechen möchte. Himmelwärts, Elisabeth Klar, Ihr Roman ist im Residenzverlag erschienen. Eine letzte Frage noch. Angesichts der vielen sich überschlagenden Ereignisse der letzten Wochen, hätten Sie ihn jetzt anders geschrieben? Sicher, klar. Aber er ist einfach damals zu der Situation entstanden und nicht jetzt. Und eine spannende und sehr ungewöhnliche, aber fesselnde Perspektive, die Sicht einer Füchsin in Menschenhaut. Vielen herzlichen Dank fürs Dasein und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Zuhören und Sie kommen. So, wenn Sie, diese Kreative 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 chinesischen Möten, Die Kreative Kreative Kreative, Untertitelung des ZDF, 2020